Kommen wir zum Thema Kids und Teens an Bord, Herr Meilschiff. Die X-Loch sehen wir gleich noch, weil wir machen dann die Runde auf dem Deck 12 noch, weil ich das gerade schon gefragt wurde. Also die X-Loch habe ich nicht vergessen. Wir sind auf Deck 14 hier im Kids-Club und der Kids-Club ist betreut ab drei Jahre bis maximal zwölf Jahre, aufgeteilt in drei verschiedene Altersklassen. Und es ist so, dass die Kinder momentan bei uns sind in den Ferien.